Die Ernährung umzustellen, klingt schnell nach viel Arbeit. Doch es ist jede Mühe wert, da du so wirklich nachhaltig deine Gewohnheiten veränderst. Mit diesen Tipps kannst du langfristig deine Ernährung umstellen. 1. Reflektiere dein Essverhalten. Welche Dinge genau sollen sich ändern? 2. Frage dich, was deine Motivation für die Ernährungsumstellung ist und formuliere dir ein ganz klares Ziel, was du erreichen möchtest. 3. Die Ernährungsumstellung soll für dich kein Verzicht darstellen. Betrachte sie viel mehr als Gewinn für dich und deinen Körper. 4. Es geht bei der Umstellung darum, neue Gewohnheiten zu etablieren. Es geht also nicht darum, eine radikale Diät zu starten. 5. Für den Neustart kann es hilfreich sein, neue Rezepte und Lebensmittel auszuprobieren. Das macht die Umgewöhnung spannend und abwechslungsreich. 6. Koch deine Mahlzeiten für mehrere Tage vor. So hast du immer etwas Gesundes auf Vorrat. Außerdem spart es jede Menge Zeit. 7. Hast du bereits eine Woche geschafft? Dann achte auf dein Körpergefühl. Fühlst du dich schon fitter, gesünder oder wacher? 8. Belohne dich, wenn du deine Zwischenziele erreicht hast. 9. Achte auf eine ausgewogene Ernährung. Das heißt, dass du auch mal ein Stück vom Schokokuchen genießen darfst. 10. Eine Ernährungsumstellung braucht Zeit, denn es ist ein Lernprozess. Sei also nicht ungeduldig und hab das langfristige Ziel vor Augen.